Blood Bowl Teammanager, das Kartenspiel. Wie der Name es erahnen lässt, schlüpft ihr hier in die Rolle eines Football Managers der TMU, der Team Managers Union. Als solcher versucht ihr eines von sechs Teams zum Sieg zu führen, indem ihr durch fiese Aktionen eurer Spieler und Siegen in den einzelnen Wettkämpfen der aktuellen Saison die Fans für euch gewinnen könnt. Dabei stehen euch Skaven, Orks, Chaosianer der Chaos Wastes Confederation Fraktion und Menschen, Waldelfen und Zwerge der Old World Association Fraktion zur Verfügung. Jeder Manager beginnt dabei mit einem Startteam von zwölf Spielern und versucht durch das Gewinnen der einzelnen Wettkämpfe Starspieler sowie Personal- und Teamverbesserungen dazu zu bekommen, um noch mehr taktische Möglichkeiten zu erlangen. Die Manager sind dazu abwechselnd am Zug und entscheiden sich immer, wo sie einen ihrer Spieler einsetzen wollen. Das kann entscheidend sein, da es am Ende einer Woche immer unterschiedliche Belohnungen an den einzelnen Seiten einer Wettkampfkarte gibt. Beim Ausspielen eines Spielers werden außerdem sofort dessen Eigenschaften angewandt. So versucht ein Spieler zum Beispiel sich einen ungewissen Vorteil zu verschaffen, indem er betrügt oder er passt den Ball und versucht den Gegenspieler zu tackeln, um so am Ende einer Woche die stärkste Seite an einer Wettkampfkarte zu sein und die Hauptbelohnung zu erhalten. Dabei kämpft ihr immer an mehreren Wettkämpfen zugleich, könnt jede Woche aber immer nur sechs Spieler ausspielen, was einiges an Taktieren bewirkt. Blood Bowl, Teammanager, das Kartenspiel, ein spannendes Taktikspiel mit schönem Spielmaterial für zwei bis vier Spieler ab 14 Jahre, das nicht nur Warhammer-Fans begeistert. Viel Spaß beim Spielen!